Ganz kurz, bitte. Ja, ich denke, das Startgefühl war das spinnste für die Uhr. Also, kleine Vorführung unseres M-Performance-Ausbriefes und ja, ist ein sehr gern genommenes, ja, After-Sales-Zubehör natürlich in der M-Performance-Ausbrief. Ich finde der Prämie wunderschön, hat einen Song gemacht. Ja, hören wir uns auch sagen. Aber dafür ist die, dafür ist die, wobei, jetzt sagen Sie mir das. Ja, ich will da auch keinen langen Vorwurf, da habe ich das nicht alles so, so, so. Aber das, wo kann ich damit eigentlich nicht noch, nee, 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 nee. Ich freue mich, er hat, ich weiß nicht, noch mal 31 PS mehr hier, weil er das Komplizieren kommt. Was macht ich denn, noch einmal, vom Gewicht, was hier, wer ihr kennt, das sind auch die Kunden, die wir kommen, der wir haben. Ja, ich will da auch nicht mehr auf die Kunde, jetzt kommen wir, wir werden dann auf die Kunde. Ja, wir werden das und das und, das ist ja auch nicht mehr auf die Kunde und die Kunde. Da weiß sie das immer gut ist. Ja, das ist die Helden hier. Wie heißt das? Zeige, glaube ich. Ja. Was wir auch für die Mannschaft dazu machen können, was sehr gerne genommen wird, wie läuft es bei den Amerikanern. Die lassen sich hier auch gerne bei den Chefdesigner oder Chefingenieur gegen die Kommission hier einbringen. Das ist die andere Gruppe. Da musste dann der Chef, der technische Chef, ja, und man musste ... 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 Das ist ein Führer, das ist ein Führer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.